Dieselverbrauch John Deere 8X 410, was verbraucht der Kollege vor dem Strip-Till-Gerät? Das gucken wir uns einmal die Arbeitsdaten an. Ich habe heute Morgen hier schon 8,57 Hektar gemacht, 1,3 Stunden war das Gerät tatsächlich nur in dem Boden davon und da haben wir den Verbrauch 13,6 Liter auf dem Hektar, aktuell fahren wir 9,5 Liter im momentanen Verbrauch, Motorstunden 3,6 Leerlaufzeit, eine halbe Stunde haben wir gewartet und gepumpt und durchschnittlich 32 Liter in der Stunde und da seht ihr, was der Kollege sich gönnt, wenn er mal gut ziehen muss.